Streupatronen? Streupatronen? Aber nur sechs Stück? Tja. Ich glaube nicht, dass die dadurch auf einmal tot gehen, ehrlich gesagt. Ja, gut. Okay, es ist okay. Leute, es ist okay. Ich wachse, ich mache das jetzt einfach. Ich nehme jetzt einfach den Revolver, denke ich mal. Der sollte ja eigentlich relativ stark sein, ne? Also von den Waffen, die wir haben, mit der Shotgun eigentlich somit die stärkste. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie keine Revolver abkönnen. Aber vor dem Kampf hat es mir so ein bisschen gegraust. Auch letztens schon. Ja, ja, ja. Vielleicht gibt es auch irgendeine einfachere Taktik dabei. Ich weiß es nicht. Aber man muss ja irgendwie so wie ein Bekloppter rumspringen. Was soll man denn sonst machen? Man muss ja irgendwie ausweichen. Ja, das bringt alles nichts. Am Anfang vielleicht ein bisschen stehen bleiben. Ist gar nicht mal so doof. Ja. 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 Geht doch einfach einmal tot. Ist doch bekloppt. Moment, ja, ja, ich bin gerade, ich darf nicht auf Escape drücken, sonst geht das Spiel erst einmal wieder auf den Desktop. Ich muss mich daran gewöhnen, ja. Äh, ich wollte jetzt mal was wagen. Ähm, Entschuldigung. Ja, Dankeschön. Ach, du Kackspiel, ey. Ich wollte doch gerade einfach mal zwischenspeichern. Äh, darfst du nicht. Warum darf ich jetzt hier nicht mehr irgendwas anklicken? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, okay, ich sehe, also ich kann hier zwar was wählen, aber ich darf nicht mit Enter auswählen. Ach, ist das toll. Ja, äh, wir sehen uns gleich wieder. Tschööö. So, jetzt aber mal ein neuer Versuch hier. Oh, ist das ein... Ich finde halt, der Kampf an sich ist cool, aber die sind ziemlich OP, die drei, also ziemlich overpowered. Und irgendwie ist der relativ unspektakulär und einfach nur nervig, weil er zu lang dauert für meine Begriffe. Also unnötig lange. Einfach unnötig lange. Ohne irgendwie einen Mehrwert. Den hätte man vielleicht... Also ich finde das mit den Feuerbällen ziemlich geil, die Idee an sich. Aber man hätte den ein bisschen anders gestalten können, den Kampf, finde ich. Aber diese Taktik ist eigentlich ganz gut aufgegangen. So, diesen Dreiersprung zu machen hier. Und nicht einfach nur links, rechts, links, rechts. Auch wenn das Ganze ja knapp war. Ich verstehe das halt aber echt rein logisch nicht, warum die, obwohl wir nichts an irgendeiner Torphase geändert haben, dann auf einmal doch erwacht sind, die Viecher. Ach, fick dich, ey. Ganz ehrlich, Viech. Du kannst mich mal. Sorry. Da werde ich auch ausfallen bei den Kackteilen hier. Sehe ich überhaupt nicht ein. So. Wer das nicht mag, der müsste leider abschalten oder ein anderes Display gucken. Aber ich sehe keinen Grund, warum ich zu dir nett sein soll. Nö. Hätte ich nicht. Sind die zu mir doch auch nicht. Ja. Gut. Ich werfe jetzt gerne Feuerbälle auf die. Können wir die Kühlen vielleicht noch irgendwann mal machen. Ich würde die auch zwischendurch ruhig mal abspeichern, aber ich will das Wagnis gerade nicht eingehen so richtig. Ich möchte eigentlich erst abspeichern, wenn einer von denen man tot ist. Was irgendwie noch so zehn Jahre dauern kann. Also wie gesagt, der Kampf ist relativ unspektakulär und ich weiß auch nicht, was ihr euch sonst nur so mitteilen könntet. Okay. Ich habe gespeichert. Zwei sind besser als drei immer noch. Ich weiß halt auch nicht, sie ballert glaube ich nur den Linken jetzt an, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, der rechte kann sowieso gerade machen, was er will. Das interessiert halt überhaupt nicht. Vielleicht sollte er auch ein bisschen weiter zurückgehen gleich mal. Vielleicht sollte er auch ein bisschen weiter zurückgehen gleich mal. Ich weiß auch nicht, worauf er halt wartet. Er kann doch jetzt einfach schon mal kaputt gehen, oder nicht? Aber wenn der Kampf vorbei ist, dann ist schon mal echt was geschafft. Für mich persönlich. Okay. Mann, 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 ey. Hä? Warum schwebt denn der eine in der Luft? Interessant. Ich weiß ja auch nicht, ob ich einen Deathcount in diesem Spiel habe. Ich weiß es nicht. Es würde, also Tomb Raider bietet sich für Deathcounts, ja, immer gut an. Vor allem aufgrund meiner eigenen Dummheit. So, gleich muss ich ein bisschen aufpassen, weil sonst springt sie nämlich zu sehr vor der Wand. Wobei, jetzt ballert sie gerade den linken an, ne? Kann das sein? Und lasst mir die Palmen hier heile. Ja, die können nichts für eure Scheiße dafür. Ja, gut. Aber ich finde das irgendwie, das hat was, wenn sie einmal nochmal so hoch springt und dann es sich entscheidet zu sterben. Das ist schon, äh, Lara, also, meine Güte. Warum nicht? Muss man mal so, äh, auch mal hinterfragen, ne? Das ist irgendwie, die könnten nicht Werbung für Ratiofarm oder so machen. Für so irgendwie so ein Hustenmittel oder was für ein Hustenlöser. ACC akut. In der Haus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Hustenlöser ihr so benutzt. Vor allem so mit den Feuerrachen und so, da könnte man echt was draus machen, Leute. Würde ich mir mal überlegen an eurer Stelle. Es ist auch sinnvoller, als so eine Hobby-Abenteuer-Archäologin irgendwie hier zu rösten. Finde ich persönlich. Also. Fuck. Ja, ich hab's im letzten... Ja, ist ja gut, ich bin schon tot. Ich hab's im letzten Moment gesehen, dass er noch geschossen hat. Ich find geil, wie die da Headbang-Wend geladen wird. So wie das Menü gerade. Das Headbangt auch so ein bisschen. Ich hab da sehr riskant gespeichert. Allerdings, ich hab ja mehrere Speicherstände. Von daher ist das ja okay. Ich weiß auch nicht, was hier nach jetzt großartig noch kommt in diesem Level. Ich weiß es nicht. Also meine Fessel. Ihr haltet aber auch mal sauviel aus, ihr Penner. Nein! Ich bin schon wieder auf die F1-Taste gekommen. Ich glaub es nicht. Was, 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 was? Toll! Sonst komm ich immer ins Menü und jetzt drück ich aus Versehen auf F1. Ja, ich, es, es kann halt ein bisschen dauern. Ich bin kein geskillter Tomb Raider-Spieler und ich, warum packe ich die Waffen weg? Aber das macht ja nix. Wir werden es trotzdem meistern. So, der eine war gleich Oppe. Der linke war das, ne? Der Gysi unter den Schlangen. Ja, meine LED-Taste tut mir grad so ein bisschen leid. Und meine STRG-Taste, meine STRG-Taste, die wird grad so ein bisschen penetriert hier von mir. Ich kann ja den Zeigefinger, den linken, eigentlich auch schon mal auf der Escape-Taste lassen. Zu einer von euch ist doch gleich kaputt gegangen. Jetzt gleich, jeden Moment. Pfff, fuck. Okay. Na komm, so viel kannst du da auch nicht mehr aushalten. Ich muss ein bisschen auf meine Energie achten, deswegen bin ich ein Stück zurückgegangen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig Lust, hier jetzt grad einen WD-Pack zu nehmen, hab ich grad nicht. Zumindest auch nicht die Ruhe dafür. Tja. Ich meine, die meisten Kämpfe in Tomb Raider sind relativ unspektakulär, außer von der technischen Seite her. Mit Rumgespringen und so, aber der hier ist relativ mit am unspektakulärsten. Obwohl er relativ spektakulär aussieht. Aber an sich von der Art her ist er unspektakulär. Also ich weiß nicht, ob ihr verstehen könnt, wie ich das meine. Ja, nur komm. Wenn man zu lange nix gegen Husten tut, kann man auch sterben. Das wirst du jetzt gleich merken. Selbst schuld. Ich hab's dir gesagt. Ratio Farm. Gute Preise, gute Besserung. Äh, das speicher ich. Und, äh, beziehungsweise, pass mal auf. Ja, das mach ich jetzt gleich auch erst mal. Haa. So, jetzt möchte ich mal irgendwas gucken. Auf unser Timex-Dingen. 3 von 36 Minuten, Medi-Backs 5. Ja. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Upsala. Ja, wir hätten hier ein bisschen Ammo einsammeln können für unsere Shotgun. Bevor wir da jetzt die beiden anderen Teile einsetzen. Ich glaub, hinten ist nämlich auch noch Ammo. Genau. Irgendwas hatte ich da eben im Augenwinkel gesehen. Irgendwas bläuliches. Und ich hatte recht. Und sogar ein großes... Ah, es ist ja Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen hier. What? War da was? Ja. Läuft man einfach mal so drüber, ne? Gibt's ja gar nicht. Ja, bei mir ist das Bild halt leider immer ein bisschen an den Seiten abgeschnitten. Das heißt, letztendlich in der Aufnahme ist es trotzdem in 1080x720, also in Vollbild. Im Prinzip in HD-Ready. Aber bei mir hier, wenn ich das spiele, ist es ein bisschen abgeschnitten, das Bild. Da hinten ist etwas. Was? Da hinten leuchtet was? Was?